Pssst! Trotro! Pssst! Mama schläft noch. Mach nicht so viel Lärm, Trotro! Gut, also, jetzt spielst du etwas ganz Leises in deinem Zimmer, ja? Ja, Papa. Etwas Leises. Keine Trommel. Kein Fußball. Rollschuhe auch nicht. Alles, was Spaß macht, macht Lärm. Ah! Das ist ein leises Spiel. Tchu, 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 Tchu. Der kleine Zug. Tchu, 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 Tchu. Ah! Pssst! Trotro! Du weißt doch, dass Mama heute mal ausschlafen will. Ist das zu laut? Ja. Und der letzte. Im Schritt, im Schritt, im Trab, im Trab, Galopp, 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 hier. Stroh, Stroh. Hat das auch Lärm gemacht? Und wie? Alles, was Spaß macht, macht Lärm. Ich kann hier schlafen spielen. Das ist leise. Aber langweilig. Das macht keinen Lärm. Ich bin ein Monster. Oh, hast du mich erschreckt, Troh-Troh. Psst, Papa, ganz leise, sonst wächst du noch Mama auf. Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh-Troh- Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt suche ich dich. Ich sehe deine Ohren. Du bist hinter dem Sessel. Gut, wir spielen doch mal. Du zählst. Ja, fang an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Achtung, jetzt komme ich. Ich sehe deine Füße, Trotro. Du steckst hinter dem Vorhang. Nein. Los, gleich noch einmal, Lilly. Eins, zwei, drei. Da drin findet sie mich nie im Leben. Vielleicht ist er im Bad. Trotro, ich habe dich schon wieder. Ich sehe deine Ohren. Also, Lilly ist einfach unschlagbar. Bitte, Lilly, gib mir noch eine Chance. Na gut. Eins, zwei. Nein, das ist viel zu einfach. Vier. Ja, im Schrank. Wo hat sich Trotro jetzt versteckt? Ich habe keine Ahnung. Wo ist Trotro denn? Schade. Na ja, dann verliere ich eben. Juhu, ich habe gewonnen. Ich sehe dich nicht, Trotro, aber ich kann dich hören. Du steckst hinter mir im Schrank. Schön, dann spielen wir eben. Fang! Na los, du bist dran. Na warte, ich fange dich. Trotro macht Mittagsschlaf. Den noch. Trotro, es ist Zeit für den Mittagsschlaf. Oh nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Wir räumen schnell auf und ab ins Bett. Ab ins Bett. Ich will aber noch weiter spielen, Papa. Hm. Weißt du, Papa, ich bin wirklich nicht müde. Wenn du mit Lilli spielen willst, musst du dich erst ausruhen. Pfff. Hm. Ich mag keinen Mittagsschlaf. Das ist langweilig. Und ich will keinen Mucks hören. Aber ich will jetzt spielen. Sei ganz leise, Teddy, und mach bloß keinen Lärm. Wir spielen ganz leise, hörst du? Ich baue dir ein schönes Haus. Gefällt dir dein neues Häuschen? Ja? Tschut, tschut, tschut. Wir wollen hier durch. Tschut, tschu. Oh, wir machen zu viel Lärm. Er schläft. Jetzt will ich ein bisschen mit dem Pferd reiten. Hüya, Hüya, schneller, schneller, Hüya. Nö, 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 nö. Eine Ente. Ein Huhn. Eine Gans. Ein Küken. Aufstehen, Trotro! Du kannst rausgehen und mit Lilli spielen. Siehst du, du warst doch ganz müde. Was spielen wir, Droh-Droh? Wettlaufen. Wer zuerst am Baum ist, hat gewonnen. Ist gut. Und los. Oh, ich bin zu müde. Ich möchte schlafen. Gewonnen. Wollen wir schlafen gehen, spielen? Das ist doch langweilig. Ich bin überhaupt nicht müde. Droh-Droh? Trotos Bett Und der Prinz umarmt er seine Prinzessin. Die Geschichte ist zu Ende, Droh-Droh. Und jetzt wird brav geschlafen. Bleib noch ein bisschen bei mir. Bitte, Papa. Was ist denn, Droh-Droh? Hast du es denn nicht gemütlich in deinem Bett? Doch, aber ich liege nicht gerne allein im Bett. Aber du bist nicht allein. Teddy schläft doch bei dir. Aber ich habe ein bisschen Angst. Teddy genügt mir nicht. Mama hat ganz warme Füße. Und Papa schnarcht die ganze Zeit. Hier ist es richtig gemütlich. Droh-Droh übertreibt. Und wir haben gar keinen Platz mehr. Oh nein, da ist er schon wieder. So können wir nicht schlafen. Droh-Droh ist schon groß. Er muss einsehen, dass er in seinem Bett schlafen muss. Mama, Papa, wo seid ihr? Raus da, das ist mein Bett. Raus da, das ist mein Bett. Wir haben ganz wunderbar geschlafen. Raus da mit euch! Und der Wolf verschwand im verschneiten Wald. So, Droh-Droh, die Geschichte ist zu Ende und jetzt wird geschlafen. Warum bist du dann noch hier? Willst du mir heute Nacht wieder das Bett wegnehmen? Gute Nacht, Droh-Droh. Gute Nacht, Droh-Droh. Gut dribbeln. Was willst du denn, Trotro? Willst du mit mir Ball spielen? Ich habe noch so viel zu tun. Tut mir leid, jetzt nicht. Och, schade. Aber warum fragst du denn nicht Papa? Ja! Tor! Ein guter Schuss, Trotro. Danke Papa. Du, spielst du mit mir Fußball? Nein, jetzt nicht. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Oh, du auch? Dann kann ich dir helfen, Papa. Ähm, ja gern. Sehr gute Idee. Lädst du die Blätter in die Schubkarre? Oh. Gut, dann fahr doch so lange Fahrrad, während ich die Blätter zusammenhake. 1 und 2, 3, 4, 5, 7, 9. Hallo Lilly, spielst du vielleicht mit mir? 9, 12, hä? Nein, jetzt nicht. Ich habe mir vorgenommen, bis 100 zu zählen. Weißt du? 12, 8, 14, 16. 100? Das dauert ja so lange. Ich sage doch jetzt nicht. 18, 17, 14, 13, 32, 12, 8, 14, 20. Puh, jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich will jetzt aber mit jemandem spielen. Zum Glück hast du immer Zeit für mich, mein Teddylein. Danke. Es war einmal in Afrika. Eine Giraffe und ihr Freund das Zebra. Am allerliebsten spielten die beiden Fußball. Doch eines Tages rollte der Ball zu einem kleinen Häschen, das im Gras versteckt war. Was ist? Ich habe zu Ende gezählt. Kommst du raus spielen? Nein, jetzt nicht. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Da gab das Häschen im Fußball einen mächtigen Tritt. Trotro. Psst. Wollen wir nicht alle zusammen ein bisschen mit dem Ball spielen? Ja. Seht ihr denn gar nicht, dass ich beschäftigt bin? Nein, jetzt nicht. Trotro und das Vogelhäuschen. Oh. Oh. Der arme kleine Vogel. Papa, der kleine Vogel hat Hunger und ihm ist kalt, weil seine Füße im Schnee sind. Er müsste ein Häuschen kriegen und auch etwas zu fressen. Ein Vogelhaus. Ich glaube, wir haben noch eins auf dem Dachboden. Oh. Papa, bitte hol es ganz schnell. Ich mache so lange Brotkrümel. Frisch angemalt wird es ein wunderschönes kleines Vogelhaus. Warte, lieber kleiner Vogel. Ich male nur noch das Dach an. Ich bin fast fertig. Also, jetzt gib mir mal dein Häuschen, Trotro. Ich hänge es an den Ast. Huh, Vögelchen. Euer Vogelrestaurant öffnet gleich. Trotro, es hängt. Schnell, Papa. Wir streuen die Krümel drauf. So. Und wenn du nun die Vögel beobachten willst, dann müssen wir uns verstecken. Wo bleiben sie, Papa? Ah, da kommt einer. Was? Die Dummvögel streiten sich. Hört auf, das geht nicht. Ihr dürft euch nicht darum streiten, sonst lege ich euch keine Krümel mehr hin. Kommt zurück. Siehst du, jetzt sind sie nämlich schon brav. Sie haben mich verstanden. Sie werden nie mehr Hunger haben. Ich bin Trotro, der Freund aller Vögel. Trotro und der Egel. Oh. Ah, schön. Nanu, da ist hier mein Ball. Was? Der hat ja ein Loch. Ein kleiner Igel. Zack. Oh, die Stachelkugel ist verschwunden. Hallo, du. Willst du mit mir spielen? Dann nicht. Geh ich eben weg. Ah. Hä? Hast du Angst? Willst du nicht mehr spielen? Hallo, Trotro. Habe ich nicht einen hübschen Luftballon? Sei still. Und stell dich hinter mich, Lilly. Sag mal, was machst du denn hier hinter dem Baum? Ich spiele Versteck mit meinem neuen Freund. Siehst du? Ah. Ah. Ein kleiner Igel. Ist der niedlich. Ah. Oh. Mein schöner Luftballon. Ah. Ah. Auweih. Der Arme. Oh. Er hat sich versteckt. Mein Luftballon hat ihm Angst gemacht. Ich habe eine Idee. Komm mit. Wir machen dem Igel ein Geschenk, damit er merkt, dass wir ihn gern haben. Sieh mal, Trotro. Das wird sicher sein Papa sein. Oder seine Mama. Schmeckt er es dir? Autsch. Du, Lilly. Leihst du mir deinen Handschuh? Bitte, Trotro. Damit können wir sie streichen und es piekt nicht. Trotro telefoniert. Ah. Das ist Mamas Handy, das da klingelt. Und Mama will nicht, dass ich mit ihrem neuen Handy spiele. Hier, Trotro. Für dich. Für mich? Danke, Mama. Pass gut darauf auf, Trotro. Ein Handy ist kein Spielzeug. Ja, Mama, ja. Hallo? Trotro? Hier ist Lilly. Kannst du mich gut verstehen? Hallo? Ja, Lilly. Ich höre dich gut. Wo bist du? Rate mal. Ich bin in einem Garten, wo ein riesengroßer Apfelbaum steht. Ich weiß es. Ich weiß, wo du bist. In meinem Garten und hast mich mit dem Handy deiner Mama angerufen. Warte auf mich, Lilly. Trotro? Bring es mir bitte wieder zurück. Ja, Mama. Aber warte, bis ich Lilly gefunden habe. Jetzt stehe ich unter dem Apfelbaum. Hallo, hallo, Lilly. Hörst du mich noch? Ja, Trotro. Ich höre dich. Ich weiß, wo du bist. Lilly hat sich hinter dem Baum versteckt. Buhu. Lilly? Lilly? Na, sag mal. Wo bist du? Rate mal. Da, wo ich bin, riecht es schön. Ah, jetzt weiß ich. Du bist in der Küche, Lilly. Aber nein. Ich pflücke Blumen. Blumen! Ah, jetzt weiß ich genau, wo du bist. Hä? Hä? Oh nein, das ist gemein. Ich bleibe jetzt hier sitzen. Hallo? Trotro? Kannst du mich noch hören? Nein, ich höre dich nicht mehr. Na los, steh auf. Geh mal zum Sandkasten. Da wartet eine Überraschung auf dich. Eine Überraschung? Im Sandkasten? Ja, Trotro. Die eine Blume ist für dich und die andere, die ist für Teddy. Teddy? Wo ist Teddy? Ich habe Teddy verloren. Aber nein, sieh mal unter dem Apfelbaum nach. Ach ja. Du hast recht, da hat er doch gesessen. Ja, der arme. Aber woher weiß Lilly denn, wo mein Teddy geblieben ist? Weil ich hinter dir stehe. Und Teddy ist auch da. Du hast mich reingelegt. Hallo? Trotro? Ja, Mama, ich höre dich. Kann ich langsam mein Handy wieder haben? Ja, Mama, ich verabschiede mich nur noch von Lilly. Dann kriegst du es. Hallo, Lilly, hier ist Trotro. Ja? Wiedersehen und bis bald. Mach's gut. Trotro, der kleine Gärtner Was machst du denn da, Trotro? Die Lehrerin hat uns ein Tütchen Blumensamen zum Säen geschenkt. Dazu brauchst du einen Topf und Erde. Sehr gute Idee, Papa. Ich hole mir schnell alles aus dem Garten. Wenn man eine Blume wachsen lassen will, braucht man einen kleinen Blumentopf. Und Erde aber nicht zu viel. Man tut die Samen in den Topf. Dann drückt man sie fest. Dann bedeckt man sie, damit ihnen schon warm wird. So. Danach gießt man Wasser drauf. Puh, ist das schwer. Wer will Wasser? Gutes Wasser? Das war's. Jetzt werden die kleinen Samen schnell wachsen. Na kommt. Schön wachsen, kleine Blumen. Ich seh euch dabei zu. Nun seid doch nicht so schüchtern, ihr Kleinen. Wollt ihr nicht endlich mal wachsen? Nun beeilt euch doch. Papa, ich hab die drei kleinen Samen eingepflanzt, aber es passiert gar nichts. Sie wollen nicht wachsen. Das ist normal, Trotro. Ach ja? Warum denn? Ich werd's dir erklären. Warte. Weißt du, wer das da auf dem Foto ist? Äh, ein Freund von mir? Nein, Trotro. Das bin ich, als ich noch klein war. Als du noch klein warst? Ich bin nicht immer so groß gewesen, wie ich es heute bin. Ach nein? Oh nein. Man braucht viel Zeit, um zu wachsen. Genau wie die kleinen Samen, die du heute gesät hast. Hab etwas Geduld, Trotro. Aha. Ich glaube, ich hab verstanden. Bis bald, kleine Samen. Ihr braucht Zeit, um groß zu werden. Trotro und die Schildkröte So ein komischer Stein. Klopf, klopf, klopf. Oh! Hey, das ist ja eine Schildkröte. Lauf doch nicht weg, kleine Schildkröte. Mama, Mama, guck mal, ich hab eine Schildkröte gefunden. Oh, sie hat sich in ihrem Haus verkrochen. Aber weißt du, da ist eine echte Schildkröte drin mit einem Kopf und vier Beinen. Ich glaub dir, mein Trotro. Geh schnell in die Küche und hol ein Salatblatt. Und gib es ihr zu fressen. Ah, ha, ha, ha. Hallo, kleine Schildkröte. Komm raus, hab keine Angst. Ich bin dein ganz lieber Trotro. Ah, das schmeckt, was? Warte. Deine Schildkröte läuft nicht sehr schnell, Teddy. Komm. Wir gehen spazieren. Was machst du da, Trotro? Ich gehe mit meiner Schildkröte spazieren, die ich heute gefunden habe. Ist die hübsch, aber nicht sehr schnell. Sie trägt ja auch ein Haus auf dem Rücken. Das muss ziemlich anstrengend sein. Ich hab eine Idee. Los, leg sie hinten drauf, Lilly. Ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Ich hab die schnellste Schildkröte der Welt. Na, macht's dir Spaß? Du fährst hier so schnell, Trotro. Halt! Oh, die Arme hat sich in ihr Haus verkrochen. Huh, kleine Schildkröte. Klopf, klopf, klopf. Bist du da? Vielleicht weiß Mama, was man da macht. Mama, meine Schildkröte hat sich versteckt. Sie antwortet nicht mehr. Vielleicht ist sie müde und möchte sich ein bisschen ausruhen. Setz sie wieder ins Gras und spiel etwas anderes. Agathe! Agathe, wo bist du? Ah, meine Agathe. Aber das ist meine. Nein, meine. Sie ist mir weggelaufen und ich habe sie den ganzen Vormittag gesucht. Danke, dass du meine Schildkröte wiedergefunden hast. Ich habe in einer Schildkröte gefunden. Ich habe in einer Schildkröte gefunden, ja. Mama, sie hat mir ein Küsschen gegeben, weil ich ihre Agathe gefunden habe. Ja. Ja. Ja.